Der ideale Zeitpunkt zum Abnehmen ist jetzt. Denn Ausreden gibt es immer genug. Der beste Zeitpunkt zum Abnehmen ist immer jetzt. Gesundheit sollte uns immer wichtig sein. Es gibt natürlich Phasen, wenn ich viel Stress habe, wenn ich viel um die Ohren habe, dann ist Gewicht halten ein Erfolg. Das heißt, dann darf ich meine Erwartungen anpassen und dann macht es keinen Sinn, sich durch eine Ernährungsumstellung noch zusätzlich selber zu überfordern. Von daher immer gucken, wie ist meine Situation, was ist im Moment realistisch. Und ich finde es wichtig, lieber unperfekt handeln als perfekt zögern. Wichtig finde ich, ist, dass man sich am Anfang ein paar Gedanken macht, welche Strategie möchte ich gerne nutzen, mit welcher Methode möchte ich abnehmen. Nicht einfach blind in irgendeine neue Crash-Diät stürzen, sondern wirklich überlegen, was macht für mich Sinn, was ist für mich realistisch und sich einen Plan machen. Das ist einfach etwas, was enorm hilfreich ist, was auch enorm motiviert, dass ich mir ein Konzept überlege und eine Ernährungsumstellung finde, die zu mir und meinem Leben passt. Wenn man mit dem Abnehmen beginnt, finde ich es sehr sinnvoll und hilfreich, wenn man sich am Anfang einfach mal Gedanken macht und sich einen Plan überlegt, mit welcher Methode möchte ich abnehmen. Es gibt wahnsinnig viele Diäten und Möglichkeiten, etwas zu verändern. Wichtig ist einfach, dass die Strategie, dass die Ernährungsumstellung zu mir und meinem Leben passt. Denn nur dann kann ich sie auch langfristig durchhalten.